Hallo und herzlich willkommen zu Modern Warfare 2 Modern Warfare 2 3 1 2 1 Maf-Effekt-Demo Okay Ja, auf jeden Fall Ja, total Nee, Entschuldigung, willkommen bei XCOM Enemy Unknown mit Hackery Ja, hi Leute Auch wenn wir da gerade nicht sind, könnt ihr euch das gerne mal geben Wir dürften dann jetzt ungefähr bei dem 30. Part sein Äh, Moment Ich glaub 24. Ich glaub, nee, 18. Ich glaub gegen Xerbon spielen, hurra Ja, super, weil dem's ruckelt, licht dir ein Ei Wow Ich will noch mal mehr sagen Xerbon-Kämpfer A, äh, Gang zu A Was? What the fuck? Ah, du Kerr-Kämpfer Ach, willkommen bei Flamer-Kämpfer, Directors Cut Edition, Reloaded 13 Punkten 0 Nein, du hast Extended vergessen Ja, auch deine Mutter ist Extended, Alter Echt? Also so viele Zahlen in dem Titel haben wir meistens nur Pornos, Delta, also... Stimmt Das ist so, wie du hier machst Hahaha Das ist übrigens nicht pornogeil? Ah, wir sind Pornos Das ist ein ganzes Problem, so ein lecker zu töten Thomas guck einfach mal zu Ich weiß, ich weiß nicht was der hat So ist Kommando Ich dachte, du bist weg Ich dachte, du bist weg Los! Aus dem Nichts forderte sich irgendwie an ihn ran What the fuck? Kommando Warte, wenn Guck Und Messer nach links, boom Kommando, die Waffe gegen die G18, oh man Das Ziel zerstört Äh, äh, äh Wir haben die Bombe Fuck you bitch Oh Oh Aber geht das nicht? Na, es geht aber nice Ich hab' hinter den Haus 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 Ich hab' den noch geflasht als ich geschau'n bin Ja, komm' in der A12 Ja, ich will dich da gerne aus deiner Ecke raus mit ner Schrotze Ich hab' mich verfolgeflasht Ich hab' null gesehen Ja, äh Den hört man 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 Ja, tut man 20 Sekunden, ey, so ein Angabe brauchst du gar nicht raus Hör auf zu springen Ähm, hier vorm Melonen Wer fehlt mich? Ich hab' mich Oh man Wow, Thomas Snipe, Thomas Aua Er trifft nicht einmal aber Aua Ah, das war der Tag Was war der Tag? Thomas, wenn du noch ein bisschen Bart bist, scheinen sie sich gegenseitig aus Als Maul Okay, ich warte Und nicht warte Der sitzt bestimmt unter dem Eistil in der Gasse Ja, der hat mich irgendwie... Ne, Arilon nach Prognosen von Marcel Imator Ja, ne Chip Und... spring! Wieso hatte ich recht? Total Ah, schade Die Zuschauer können sie hier beantworten Hörst du sie nicht? Nein Ah, zu doof Ja, zu doof Zu doof Ach, wir haben hier keinen Livestream Oh... Nächstes Mal irgendwie zwei Google Hangouts Irgend anders drüber gesprungen, glaub ich Und nein, machen wir nicht Geht das überhaupt? Kann man Google Hangouts überhaupt, ähm... Ja, wahrscheinlich nicht Spiele streamen Ich hab gehört, er ist bei A und ich hab wieder ans Mikrofon gekustet Müssten Twitch machen auf jeden Fall Nee, mit Griff Oh Gott Alter, das ist doch nett Thomas ist oben auf dem Dach drauf und cap in der Ecke Äh, Rundersprung bei dem Müll-Eimer Was? Wieso hast du denn, um zu schießen? Nein, wie schnell hat er denn bitte? Wie schnell hat er mich ge... Ja, klar Da ist die Diegel, Junge, da ist die Diegel Du hättest einfach nur drauf drücken müssen Was ist die zu lange gebraucht? Kingpeng, Kingpeng Bei mir hab ich viel... Bei mir hab ich viel früher geschossen, ja Na schön Nimm bei mir das Ding mit Nimm bei mir gar nicht geschossen Was? Ich hab nicht geschossen Ich hab bei mir geschossen Nein, ne Was, kein Stück geschossen cool Oh Oh What the fuck, unten in der Mitte LOL Ich bin einfach da lange daran, weil mir keiner bei Einstiel entgegengekommen muss Hm Thomas traurig und er wird bei der FK ich hasse Hackadys, ooooh ich hasse Hackadys nein, war das schlecht, war das schlecht jetzt sind wir auf die FK boah, wie kack du hast damit gehört Typ wo kann man auch jemand dazu zwingen an einer Stelle stehen zu bleiben h ach, nochmal einen Schluck aus lass mir die Tür nicht trifft man das ja, ich konnte es hätte die Tür durch der Stadt der Weg zwei Stück sind bei B-Lang und einer ist mit Schild es ist ein anderes Karusseldach Loll habe ich, ich habe es doch runterspringen gehört Schild ist nicht tot, Schild ist nicht tot, Schild ist nicht tot Schild Hörberleit, Hackadys, da habe ich noch mit drauf geschossen Schild, hast du in der gleichen Runde Schild ausgewählt wie ich Schild ist nicht tot, Schild ist nicht tot Schild ist nicht tot, Kletter Ja, da habe ich dich schon mal reichen können ja, es war gerade, ich habe meine beiden Mails mit Schild mir leid, mag ich mal so was tut mir leid Ja, ich hab gecallt, dass tot ist, aber... Ja, ich hab's gecallt. Wow, super! Stand auf der Straße und hast gewusst, dass jemand kommt. Kepper-noob. Einer Richtung Eisdiele hin verlang. Einer in Eisdiele drin. Boah! Ansache. Am Spawn. Thomas ist hinten bei uns am Spawn. Nein, hör auf! Ich hab ihn gedrückt. Der war bei mir. Genau. Nice. Der Time-Luck, ne? Total! Der Time-Luck! Zwei Leute um die Ecke! Genau in dem Moment, wo ich... Ich war schon mal dort, ich bin zurückgerannt. Oh, und dann... Ich würde sagen, da waren außerdem zwei Leute, die erschossen wurden. Tja. Noob, noob. Marcel, wenn du jetzt gleich wieder brüllst, Schild ist tot angezauert. Was? War das dein Ernst? Wehen zur Hölle? Ich hab da jetzt irgendwie nicht gekillt. Den darfst. Wieso bist du in... Ja, klar. In deine Mama? Matze, Alter. Ja, meine Jumping-Künste sind Crow-like. Achso, jetzt hab ich's Fenster wieder aufgemacht, weil ich nicht gewusst, ich bin noch mal auf. Hoppla. Oh, der ist auf... auf der Straße bei B. Ach, ja, Matze lebt auf der Straße, würde ich sagen. Ja, das auch. Oh, nicht schon wieder abhoben. Wenn ihr ihn unterstützen wollt, wenn man da von der Straße wegkommt, schaut euch bei Let's Play Oni Matzi Let's Plays an. Einen Daumen hoch. Hi, Wollwie, wie er es wusste. Total. Leute, habt ihr diesen Wallhack gesehen? Jetzt kommt's auf. Ich hab gesehen, ja, toll, dass man nichts sieht, aber bei mir sieht man's. Wallhack. Bei mir sieht man hier reingerandelt. Ey, ganz ehrlich, das ist mein Haus, lasst mich da alleine. Also, wie gesagt, nochmal, wenn ihr ihn unterstützen wollt und ihr das wegholen wollt, bitte haust deine Videos. Und spendet mir Geld bei Paypal. Monetarisiert schon, boah, ist sehr Geldgeil. Echt? Ja, ne, so viele... Nicht mal Epizaki monetarisiert schon, ja. Ach, Halsmaul. Ja, toll, noch nicht, schön, weil jetzt mal weiter... Ah, ne, darf ich da schon sagen, dass ihr zu ihr wisst schon, wen kommt? Nein. Okay, also, sie kommen nicht zu... Na, okay, jetzt. Oh Gott. So, was ist das? Gäser! Diese Rettung vor mich! Weil ich die Tübe in der Ecke töten wollte! Ja, du woll' ich auch töten! Und auf den hab' ich auch geschossen! Hey, weißt du, ich sieh' auf den... Und genau, und dem hat die Rettung vor mich. Ich hab' auf ihn geschossen. Was? Als hab' ich dabei! Weißt du, ich seh's so. Das sind beide totlich so, what? Pfff! Ich hab' den Wunder, dass ich Xerbo nicht gefunden hab. Der leckte an mir durchstrahlt. Xerbo, ey, ganz ehrlich, hinterlassen. Bobby, das Internet, der Läger ist wieder bei Handlang. 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 Nani? Panini? Oh Mann! Hatten wir irgendwie alle schonmal? Ja, schon so. Der Pizzocke wiederholt sich. Wir sind voll LW. Wo war'n der? Ah! Ich hab' keine Ahnung. Ach ja, neben dem... Dingsdach. Neben dem Melondach. Ja, scheiß komm, Mann! Ne, warte mal, der ist tot. Wo ist'n Delta? Hm. Das ist'n Lutscher. Aufpassen, Delta rettet sich halt wieder in den Haar. Delta, Mann, ey. Delta, du denkst nicht immer ernst, dass der noch da drin ist, oder? Ja, sag ihm doch am besten noch, dass er drauf guckt. Ja, ernsthaft, du bist so dumm, Matze, ne? Ich überschätze, dass vom Karusselldach drauf guckt. Das hab' ich nicht gesagt. Oh Gott! Ich hab gemessen! Ich hab' nie gedacht! Nee, hab' nicht. Du hast dich gemessen. Warum gehst du auf die fucking Sniper? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sehr guter Zeitpunkt. Hab's dann Hänner lieber schießen sollen, als ihr irgendwas anderes? Das ging noch nicht. Achso, okay. Irgendwie sah's schon aus, als ob damit fertig wäre. Ja, bei mir auch noch. Marcel. Ganz ehrlich, jetzt macht nichts. LOL. Wieso ist da noch einer? Nein, du tötest dich Marcel. Deine Mutter. Der rennt Straße, Straße. Und, ja. Hey Marcel, du darfst Delta noch mal drücken. Der hat dich getötet. Achtung, jetzt macht der Lager gleich Teambash. Ich glaub' die Bombe liegt straffestenrand. Wie gesagt, die FPS liegen nicht an der Aufnahme oder irgendwas. Das ist Xerbon. Xerbon kann die Bombe holen, ohne dass ihr das merkt. Allerdings. Ja, er war schon dort. Sie ist weg. Guck mal nach. LeBombe hat sich mitgeportet. Äh. Äh. Das ist besser als jeder unsichtbar Hack oder whatever. Ja. Das ist ausweichend extrem. Er ist einfach der Flash. Er ist viel zu schnell, dass man ihn sehen kann. Aber nicht wenn er nur einen Weg hat. So wie jetzt. Du bist so hoch? Okay. Dann komm hoch. Wenn man ihn hört... Lomo. Das sieht ja was schon mal aus. Wie Martin auch Kassel rausguckt. Guck, guck. Ist was passiert? Oh Mann ey. Müsst ihr mich schon wieder aufwecken? Schon wieder Ballerei auf der Straße? Langweilig. Ey, ich dachte du hast keinen raus. So stimmt ja. Wow. Und jetzt hab ich ja einen lecker gemessert, Alter. Das war gar nicht klappt. Hecady ist am Spawn und einer ist auch mitgelaufen. Einer ist unten im Karusselldach und einer war... Ähm... Keine Ahnung, wo der andere war. Irgendwo. Oh Gott, Alter. Ich kann mal noch fragen. Äh... Die haben immer noch eine Drohne oben, Hecady. Das weißt du. Nein, weiß ich nicht. Ich hab's nie gehört bei ihr. Der RZ-Lava, die Fick... Und die Ficken! Ne, das Copyright drauf, glaub ich. Ne, glaub ich nicht. Fetty hat darauf kein Copyright. Alter, so gemein. Wer denkst du eher an Julian? Ja, eher. Wer ist denn... Name geändert von der Redaktion? Ah! Ich mein B da, äh, lang. Der war unten auf der Straße. Haben wir's wieder in die... Weg von meinem Haus! Oh, Delta Disconnect. Äh, Delta ist wieder da. Ach, geister Dank. Na, bist du ein Luke? Äh, bist du ein Luke? Ne, er hätte treffen können, aber er hatte... Durchs Fenster durch, hätte er treffen können. Äh, einer in dem brüchigen Haus. Äh, unten auf der Straße. Hallo, geht weg von meinem Haus. Geht weg von meinem Haus. Geht weg von meinem Haus. Mann, Thomas, nicht quickscopen, du kannst es nicht. Ah. Straße. Das ist mir nicht, Delta. Hör den bitte, hör den bitte, hör den bitte. Delta. Ich bin Delta, ich bin eine Tausende. Oh mein Gott. Ich glaub, der könnte hier auch noch... Ich glaub, der könnte hier sogar hinterher rennen und du würdest ihn nicht hören. Ne, macht er ja schon. Ungewehr so? Er hat den Lager getötet. Schön, dass der etwas verstanden hat. Problem ist, er hing irgendwann fest mit seinen Legs. Bei mir war ich in der Luft gewesen. Was? Mit! Mit! Ich kann fliegen! Was denn? Ey, du Noob! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein, bitte nicht! Oh nein, bitte nicht! Nicht mein Haus! Boah, Team-Mate! Wer auch immer der Team-Mate ist! Weg da! Oh nein! Boah, hab ich nen Dack! Oh nein, bitte nicht! Oh nein, bitte nicht! Marcel ist oben im Karussell-Dach! Ist ja cool! Wow! Nice, Hackety! Oh, Adach! 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 Pinkestach! Lila! 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 Unten! Grün! Marcel! Okay, ich glaub wir haben's kapiert! Du bist... Ah! Du hast ihn gehört, Xerven! Lila! Unten! Grün! Ich bin Master! Ich bin Farb! Alter, das ist was für eine Runde zuerst töten sie sich gegenseitig, dann hat er eine Farbprobleme. Ich glaub, sowas nennt sich verbale Inkontinenz. Nein! Verbale Inkontinenz! Das Problem ist, das Ding ist türkis und mir ist die Farb nicht eingefallen. Wär toll, aber was hat das mit Grün und Lila zu tun? Aber! Grün! Oh! Das ist so die Farbrichtung, das ist eine total eigenartige Mischfarbe. Oh my god! Gelder! Marcel, wie hast du mich letzte Runde angeschossen? Deswegen bin ich gestorben vom Luftschlag verletzt! Wie hab ich Gelder denn jetzt gerade Outplayed? Hin und her, hin und her! Und der schießt mit der A12, weil ich so behindert! Oh, göttlich! Oh, Lund! Hände hoch! Okay. Oh Gott! Du hast fast ganz im Magazin gepressen, weißt du das eigentlich? Äh, das ist wie ich keins halt wahr! Du auf die jetzt die Kur... Oh Gott! Ohhhh! Ohhhh! Was ist das mit Delta? Delta ist die Heat! Nein, hab ich nicht! Doch! Du bist raus! Warum?! Ich hab'n Videobeweis! Hey! Ja, genau! Ich hab'n Video! Was?! Äh, I take the nice stats! Nee, du nicht! Ja, schon mal! Ja, schon mal! Ja, schon mal! Ja, klar! Das ist eine Kacke! Teamverbindung getrennt, Mama! Oh Mann! Ich hatte... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Team! Oh mein Gott! Du hast du gewartet, dass ich rauskomme! Die Drohne und so! Kannst du nicht alleine? Ich weiß! Ich weiß! Mats, hast du auf mich geschossen? Ja, nein! Vielleicht! Vielleicht! Kevin spielt! Wenn du zehn Jahre in der AFK der Base hängst und immer noch zu doof bist, die Bombe mitzunehmen? Was kann ich dafür, wenn ich ganz kurz AFK musste? Alarm! 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 Ich mein' Alarm! 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 Wo kommst du jetzt weg, Xerbon? Ah! Im Ahrhaus! Im Ahrhaus! Mittleretage! Mittleretage! In Ahrhaus! Ahh, dein Mutter! Das wollte ich mal sagen! Hallo! H-Gay! Ich hab' den größten Fein von Xerbon gefunden! Nein, es ist nicht Delt, es ist nicht Marcel, nein! Oh, ne, Mats, es sind Türen! Es sind Türen! Es sind die Türen! Es sind die Tür, Leute! Alter, vertraut nie einer Tür! Gebt dir einfach das Geld! Geldmann die Füße gibt den Türen nicht das Geld bei auch in die er traut sich nicht es sind dann verschluckt sie gerade im NK nix lassen wir so dass wir einfach so stehen kann jemand bitte nicht auf Kosten so ist das echt würde ich bin auch nicht mehr Pro ich bin in der Brau auch nur weil es neuer 6 er will ich wieder abzulegen dann einfach gleich mal so ein kleineser mit einer Waffe gemacht ich glaube nicht was er war so oft daran Thomas er gerne entlang Nö durch Nini ja das Auto fuck you war die Bisse bei der Eisdiele beziehungsweise eine Hinten Base Auer Ein auf der Straße. Weg von meinem Haus. Alter, geh weg, geh weg. Boah, du bist so ein Noob. Und du wunderst dich, dass du den Läger nicht töten kannst, du Kack, Noob. Ja, weißt du, ich ziehe einmal auf ihn drauf. Er portet sich auch noch rechts und dann schieße ich weiter. Er portet sich noch links. Mama, 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 Mama. Noo. Mensch, Mensch. Ey, ich glaube, ich selber kann nur so welche Horror-Dingern jetzt auch. Guck dir das an. 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 Okay, weiße Hai. Und ich mein so, so schwarzhaariges kleines Mädchen-mäßig so. Das klang aber gerade wie die Weih-Weiß-Zerheim-Musik. Was will ich mit dem Film drehen? Weiß nicht. Kleiner Hai. Düm, 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 düm. Einer, Karossel, da. Komm, einer, 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 einer. Oh, ich treff's nicht. Einer kommt zu dir selber. Hä? Hoff, er hält mit Scha-Posi, weil er Noob ist und nix kann. Hast du das? Ach. Immer noch A-Dach, glaube ich. Einer ist, äh, früchtiges. Er ist im Friseur-Flash. Ja, er sorgt gerade dafür sogar weiter. Aua. Er hat gerade selbst dafür gesagt, dass es so bleibt. Karossel, das war ein wann freieste Flash ever. Äh, oben, Karossel-Dach. Das war gut. Ja, so schlecht bin ich nicht im Snipen. Äh, äh, äh. Ja, aber Delta mit seinem Movement. Was, Movement? Bö, 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 bö. Ich wünsch dir jetzt, weißt, am besten könnte ich jetzt noch runterzählen. So, drei, zwei, eins, boop. Boop. Boop, wer schreibt mich denn jetzt an? Ey. Boop, 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 boop. Boop, boop, boop. Ja, klar. Hast du den nicht gehört, hallo? Der war zu Glorion. Hast du den nicht gehört? Der hat gedrückt. Der war am drücken. Ich. Aber das, ich glaube, das Klo ist rechts, oder? Ja. Heiß Kämpfer nur. Äh, ja. Tja. Äh, yeah. Wow. Immer diese Loops, mit denen ich zusammenspielen muss. Ach, halt dieses Maul. Hä, ich war eben noch erster am Team, ja. Was warst du? Ja. Deine Scheiß warst du. Na klar. Da warst du. Toll. Beim Alphabet am Anfang der Runde. Nee, gar nicht. Mit dem S bist du gar nicht vorne. Mama. Ich war erster, ja. Alter, ich hab... Wo kommst du hier? Wo kommst du hier? Was machst du? Ich wollte gerade einen Harry holen. Ich wollte einen Harry holen. Ich wollte einen Harry holen. Ist das mal gemacht? Ja, das Problem, weil ich hab einen roten Punkt auf einmal. Gehst du noch da? Dann schau ich so raus. Hä? Ist nicht mehr da. Da warst du einfach mit drin. Fuck. Damit. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. 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 Ciao.